Sie hatten sechs Monate Zeit, sich was Neues zu suchen. Ich war mir sicher, dass ich noch rechtzeitig sterbe. Umsiedelung in eine nette, graue Menschen auf Befragungsanstalt. Ich versuche in meinem Leben, allem immer auch etwas Positives zu entnehmen. Sie sind Gerichtsvollzieher. Ich wünsche Ihnen einen guten Start. Frau Weintraub! Ein Arzt! Ich habe Besseres zu tun, als Suizid-Omas, das Leben zu retten. Ja, was denn? Eigentlich wollen Sie, dass man Sie in Ruhe lässt. Aber ich möchte Sie kennenlernen, Frau Weintraub. Ich habe kein Zuhause, ich habe keine Freunde, ich habe keine Familie. Ich komme keiner besuchen, weil keiner weiß, dass ich hier bin. Frau Weintraub, Sie haben Besuch. Hol mich hier raus. Das ist eine geschlossene Station, wie soll das gehen? Das musst du doch wissen, du hast mich doch hier reingebracht. Den Menschen, den man liebt, zerfallen zu sehen, ist das Haus mal schlimmer, als selber zu zerfallen. Als ich klein war, wollte mich dieses Land mit allen Mitteln ermorden. Und jetzt stecken die mich in ein Zimmer mit Gittern, damit ich mich bloß nicht umbringe. Könnte man ja als positive Entwicklung werden. Wir wollen alle zusammen was einstudieren. Ich kann nicht singen. Ich kenne Ihre Akte. Und da wollen Sie, dass ich in einer Irrenanstalt wieder anfange? Ist das Marihuana? Einfach leben. Leben? Auf das Leben. Aufs Leben. Sei doch nicht immer gleich so verkrampft, wenn ich das Wort Jude sage. Verkrampft? Ich bin überhaupt nicht verkrampft. Jude. 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 Jude.